Hey ihr Lieben, heute Abend ist es soweit. Die Videopremiere zu Sag, was ich will. Pünktlich zur Veröffentlichung meines neuen Albums Schritt für Schritt gibt es heute Abend im MDR bei Bernhard Brink und den Schlagern des Monats. Ich freue mich auf euch. Schaut rein. Bis dahin. Tschüss. Ich bin ganz aufgeregt. Sag, was ich will. Weiß es selber nicht mehr. Bin total voll gefühlt. Doch mein Kopf ist so leer. Sag, was ich will. Ich werde ganz auf dich hören. Du weißt längst, was ich will. Darum könnte ich schwimmen. Sag, was ich will.